Jungs, geht jetzt los, das heißt hier, wir haben Klick, 16 Viertelklicks bitte, vorm Song und dann geht's los, ja? Okay? Okay. Gut. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Jetzt braucht zum Beispiel Bass, Drums und Piano und Klicktrack, weil der Schlagzeug hier ab und zu aussetzt. Jetzt wo der Schlagzeuger durchspielt, ist natürlich dieser Klick hier gemutet und Pianist und Basser haben jetzt nur den Schlagzeuger auf dem Kopfhörer und natürlich sich selbst. Bis zum nächsten Mal. Zwischendurch immer mal checken, ob die noch auf dem Klick sind, weil sonst spricht man lieber die Aufnahme ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch an der Stelle hat der Pianist wieder einen eigenen Klick auf dem Kopfhörer. Weil da gibt ja auch natürlich so ein bisschen die Time 4 hier das Feeling. Musik 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 Das war schon ein sehr guter Take. Musik 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 Jetzt kommt das Solo, lasse ich auch durchlaufen, damit sie drin bleibt. Und gehen jetzt nicht wieder einen Tag vorher rein. Lieber jetzt diese 15 Sekunden Zeit quasi verschwenden, aber dadurch bleibt sie im Song drin und wird auch von nichts abgelenkt. Sie ist in ihrem Kopfhörerbett jetzt drin und kann weitermachen. Ja genau, wir lassen durchlaufen. Zeigt mir gerade, ob wir abbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wichtig auch immer, zwischendurch mal den Pegel im Auge behalten. Jetzt hört man natürlich noch die Kompressor-Einstellung extrem, aber wie gesagt, ich editiere das lieber später weg. Sie ist gut im Fluss jetzt. Das war's. 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 Das war's.